Willkommen bei Mirapodo, hier ist Bianca. Hey, ich habe gestern neue Schuhe bestellt und heute sind die schon da. Wie macht ihr das nur? Ach, ist bei uns ganz normal. Wow, danke. Tschüss. Und jetzt? Gleich ruft Gerd an und bestellt grüne Sneakers. Na, schick schon los. Mirapodo, deine Schuhe sind unsere Welt.